Ich bin Taller und ich bin Younes und zusammen sind wir die Gangsterbrüder. Uns gehörten die Straßen. Keiner macht Faxen mit uns. Jo, was geht ab, ihr Pisser? Jo, was geht? Jo, alles gut bei dir, Fika? Alles gut bei euch? Alles fit bei euch oder was? Alles gut? Ey, wir sind gleich zurück, ja? Younes! Ey, du hast krass dazu, ne? Niemals, Alter, zeig mal! Ey! Taller! Komm, nimm deine Waffe! Ey, alles gut, Mann! Du machst jetzt nix! Du machst nix! Keiner macht Faxen mit den Gangsterbrüdern, hast du mich verstanden? Ich hab die Waffe! Okay, wiederhol den Satz! Keiner macht! Keiner macht! Faxen! Faxen! Mit den Gangsterbrüdern! Mit den Gangsterbrüdern! Genau! Alles lief perfekt, doch dann passierte es. Wir wurden verhaftet. Das melden wir an! Und den Rest, Helmut und Tons auf! Ja, Mann, Helmut! Ja, Mann! Korrekt, Alter! Jonas, guck mal dahin! Die sind voll abgelenkt, Alter! Ja, Mann, ey! Sollen wir die Bigge machen? Ja, lass abhauen! Ey, warte mal, warte mal! Was? Auf drei, komm, auf drei! Okay, auf drei! Soll ich zählen? Fang du bei eins an! Okay! Eins, zwei, zweieinhalb, 2,7, 3! Nein! Rennen! Renn! Oh! Oh! Gero, love! Gero, love! Gero, love! Gero, love! Gero! Schnapp die! Schnapp die! Oh mein Gott! Oh! Oh! Ich bin draußen! Wir konnten zwar vor den Kopf abhauen, doch wir hatten ein Problem, die Handschellen. Was machen wir denn jetzt? Wo sollen wir denn hin? Ich habe da einen Ort von meinem Cousin, so eine Bude, der ist siebenmal eingebrochen, die ist super, komm. Los dann, los, los, los! Oha, siehst du, krass, mach auf. Oha, komm rein. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, Junge. Oh, weiter. Ey, was ist los mit dir, Mann? Wie machen wir das jetzt ab? Ich habe eine Idee. Was denn für eine Idee? Fuck, Alter, ich habe wieder vergessen. Du Spasti, Alter, du bist doch einfach nur dumm, ja? Wenn ich nicht wäre, wären wir nicht abgehauen, Junge. Ich habe das noch gerade in meinem Kopf. Geh mal weg, guck mal, hier, das ist Feuer, weißt du? Ich mache das jetzt kaputt, achte jetzt. Oh mein Gott, krasse Idee. Bleib mal stehen. Ah, es brennt! Was denn, Junge? Ah, es brennt, Junge! Ja, Feuer leitet doch weiter am Metall, oder so? Ja, leitet auch nicht, aber egal, ist mir egal. Pass mal auf hier, guck mal, siehst du? Das war von meinem Cousin, der war vorher auch hier, der ist eingebrochen. Siehst du? Das sind Dinger, weißt du, da kann man... Warte mal, ich hole mal diese Zange hier. So. Junge, was machst du da? Bist du dumm, Alter, das klappt doch nicht. Junge, du bist doch dumm, ich bin auch dumm geworden. Guck mal, jetzt kann ich nicht mal... Alles wegen dir, ja, was soll ich jetzt machen? Vertrauen mir doch, Junge, das klappt. Was klappt? Was, was... Mach deinen Arm hoch, mach deinen Arm hoch. Und dann bei drei drücken wir runter, okay? Ja, ja, ja. Drei. Junge, mein Hand. Geh mal auf, geh mal auf, mein Hand. Komm, setz dich hin, ich habe den Angegen. Wir sind am Arsch, wir kriegen das niemals. Hier, damit geht das. Oh nein, das ist immer nicht da. Was, oha, das ist das Beste, Junge. Was redest du? Okay, mach. Jalla, mach mal deine Hand da rein. Mach. Mach. Runter, deine Hand. Runter. Nein, du! Was ist das für meine Arm? Ich verliere, Junge, das bitte machen. Mach mal wieder, mach mal wieder. Ich raste gleich aus. Mach nicht, ich schwöre, mach nicht. Warte, warte auf drei, auf drei. Eins, zwei. Ah, ich weiß nicht, mach nicht. Junge, was soll ich machen? Junge, du musst doch erleben. Wie geht's doch nicht, was machen? Lass überlegen, lass überlegen, mach das weg. Das wird nie meins abgebrochen. Warum fliehe ich auch mit einem dummen Verbrecher, Alter? Halt mal meine Fresse. Du bist doch selber dumm, sonst würdest du das auch schon... Ich muss doch kacken jetzt. Wie soll ich kacken, Digga? Du musst kacken? Scheiße, Alter. Ich bin fertig. Ich kotze gleich. Lass mich schnell kotzen. Mir geht's besser jetzt. Junge, du hast meine Nase gebraucht mit deinem Scheißgeruch, Alter. Du ekliger. Woll ich doch jetzt, Alter. Scheu noch. Ey, warte, 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 warte. Piratus? Wer ist Piratus? Hallo? Wer ist das? Warte doch mal, ich rede doch, warte doch. Ja, ja, sorry, nein, ich hab dich nicht angeschrien. Er hat mich angeschrien. Das ganze, genau, das ganze Geld, ja, ich bring dir das, ich war doch... Welches Geld? Bring doch im Knast, ich war doch im Knast, Bruder. Wir haben doch kein Geld, welches Geld? Doch, Mann, wir haben doch Geld. Ja, ich hab, ich bring dir das sofort. Ich war im Knast, aber ich bin draußen. Ich komm sofort, ich komm sofort, tschüss, tschüss. Wer ist das? Das ist ein Piratus, Mann. Wenn wir dir das Geld nicht geben, die schweißen uns im Meer mit Haie. Ja, okay, aber was hab ich damit zu tun? Du bist dabei. Warum bin ich dabei? Komm, wir gehen jetzt, wir müssen Geld geben, Mann. Oh, krass. Wo lang? Da, da oder da? Da vorne? Ja, das ist krass. Was machst du denn? Was machst du da? Wiese, dann komm doch mal hin. So. Ah. 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 Ich hab wirklich nichts gesehen, nichts. Sind Sie sich sicher? Ja. Nur weil ich Schwarz-Arab- und S-Klasse fahre, musst du alles sehen, oder was? Ganz ruhig. Ey, du brauchst heute voll die scheiß Haare. Junge, es ist mir scheißegal, Mann. Wir sind gerade aus dem Knochen. Oh! Die Bullen, die Bullen, was soll ich? Was machen wir denn hier? Was machen wir denn hier? Verschreckt, verschreckt. Bleib so, bleib so. Nein, Mann, das ist so auffällig. Vertrau mir. Vertrau mir. Vertraust du mir? Ja, ich vertrau dir. Vertraust du mir, vertrau mir, mach mir einfach mit. Oha, gib mal ein bisschen. Willst du sterben, guck mal, der ist da hinten, Mann. Scheiß, Alter. Gib nur ein bisschen. Nein, komm jetzt. Ein bisschen könntest du mir gehen. Geht, Mann! Was ist das denn? Komm, lass gehen, Mann. Siehst du, jetzt haben wir das Geld gegeben. Hier sind wir nicht mehr in Gefahr. Zum Glück, Mann. Keine bringt uns mehr rum. Oh! Ihr kleinen Pister, wo ist meine Ware? Ich hab gesagt, ich erwische euch. Ich erwische euch, Junge. Bist du blöd? Wir sind zwei Leute, wir machen dich fertig. Bist du blöd, Alter? Wir machen dich fertig. Wir haben vier Arme. Wir haben drei Arme. Wir machen dich fertig. Fuck, stopp, Junus. Wir sollen bekämpfen mit den Ranschen. Vertrau mir an Naruto. Oh, Naruto 1P. Was für Naruto? Vertrau mir. Komm, komm. Komm. Komm her. Hey, warte, warte. Was ist denn? Wir müssen eine Doppelbombe geben. Doppelbombe? Ja, ja, komm. Was ist denn eine Doppelbombe? Ich weiß, nee, nee, nee. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ich zieh mich doch an, Junge. Was machst du da? Junge, Alter, lass los. Mein Date kommt jetzt gleich. Junge, scheiß auf den Date. Mach mal jetzt. Ey, die ist mein Typ. Chill doch mal. Ja, mach, komm. Ja, entspann dich mal. Warte mal. Ich kann doch nicht wegen dieser Chance. Ja, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße, Alter. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Tu mal hier. Mann, wie soll das überhaupt? Junge, komm her. Ey. 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 Junge, du machst mich fertig, Alter, ja? Wieso soll man das jetzt machen? Ich muss doch mein Roboter anziehen, Junge. Ich muss mein Roboter anziehen. Wegen dir tragen wir diese Handschellen. Warte mal. Weißt du was? Was? Ich mach jetzt Technik. Hab ich gelernt, den Knast Uri Geller. Achte. Hä? Hast du gesehen, Junge? Wie hast du das gemacht? Das hab ich gelernt von Uri Geller. Was denn Uri Geller, Junge? Keine Ahnung. Mach Zauberei. Hab ich gelernt, diese Technik. Krass, Alter. Hast du gesehen? Und was machen wir jetzt? Komm, mein Date. Komm, komm. Die kommt gleich. Ja, wie soll ich das denn jetzt machen mit den Handscheinen, wenn sie kommt? Wo soll ich bin? Ich hab deine Idee. Was denn für eine? Halt mal deine Fresse einfach, ja? Die ist da, die ist da. Weißt du, was machen wir jetzt? Komm einfach mit. Komm einfach mit. Komm mit. Komm mit. Hey. Ja, hi, ich bin's. Ey, guck mal, komm noch nicht rein. Ich mach die Tür auf, aber komm noch nicht rein. Komm erst rein, wenn ich sage, komm rein. Okay, warum? Mach das einfach. Das ist voll wichtig. Mach einfach. Okay? Okay. Okay. Warte. Okay, du kannst rein. Komm, 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 sitz ich hin, sitz ich hin. Komm, komm, sitz ich hin. Hey, wie geht's dir? Ja, gut. Alles gut? Ja. Bei mir auch alles gut. Alles gut. Und warum musste ich gerade eben vor der Tür warten? Junis. Es zieht da. Hä? Vor der Tür? Deine Haare sind schön. Was ist das für eine Farbe? Krass. Wo hast du das her? Äh, die Farbe... Was hast du? Hä? Nichts, nichts. Ich denke die ganze Zeit an meinen Lieblingsfunk. Der ist in meinem Blut. So weißt du, ich mach da, da, da. Weißt du, kennst du nicht von Justin Bieber? Äh. Äh. Junis. Ihre Füße stinken. Ich kann nicht mehr. Ich krieg keine Luft drum. Äh. 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 Ey, guck mal, was ist das da hinten? Halt meine Fresse, du Hund. Das sind meine. Hä? Was ist denn da? Was hast du denn da gesehen? Ja, genau. Da war nix, ne? Achso. Äh. Juni, es schmeckt mir jetzt egal, ich muss mies pissen. Ich komm jetzt raus. Ja. Und, schmecken die Donuts? Nein, wallah, bleib unten, bleib unten, wallah. Ist gut, ne? Die sind lecker. Ich hab auch gedacht, die sind krass, diese Donuts. Ich sag dir das. Ja, auf jeden Fall. Auf der Arbeit bei mir ist richtig... Ey, warte. Ey, hallo. Ich kann nicht mehr halten. Ich bin Matika, Juni. Ich mach mal den, Juni. Ich mach mal den, Juni. Ich bin scheiße. Ich muss pissen. Juni, scheiße, ich muss nicht mehr aus. Ich will Talla. Juni, warum machst du sowas? Du weißt gar nicht im Griff. Ich muss pissen. Komm jetzt mit auf den Klo. Ey, was soll die Scheiße? Was geht denn hier vor? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, woher kommt. Kein Plan. Juni, ich pisse gleich in die Hosen. Komm, Juni, ich pisse gleich in die Hosen. Komm, Juni, ich pisse gleich in die Hosen. Ich hab ein Deck. Mach die da ein, Juni. Hast du behindert? Ich bin sogar mit dir drin, wo du geschissen hast. Jetzt komm mit rein. Komm mit rein. Komm mit rein. Nichts mehr.